so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xdb es ist montag der 10 juli 2023 und wir wollen natürlich einen blick werfen auf das was jetzt anstehen könnte in den kommenden tagen folgend auf die norm von payrolls die vergangene woche freitag veröffentlicht gesehen haben die meiner überrechung nach wirklich schwach eigentlich daher kamen nicht dass es jetzt auf den ersten eindruck wirklich schwach war aber wenn wir uns die adp zahlen von donnerstag anschauen da muss man schon sagen dann war das schon eine enttäuschung ehrlich gesagt sehr spannende preis action allerdings die wir ganz besonders darauf folgen zu sehen bekommen haben also die norm von payrolls als solche jetzt naja wie gesagt nicht so spektakulär irgendwie schwach reingekommen ich hatte aber schon letzte woche freitag hier an dieser stelle zum thema gemacht dass ich nicht glaube dass das wirklich der nachhaltige impuls geber sein dürfte dann war es eine sehr schoppige preis action die das unterstrichen hat dann drifteten wir aufwärts wo auch immer dieser impuls her kam und wurden in den abend hinein verhältnismäßig aggressiv abverkauft und sehen auch jetzt schon in die woche hinein er abschläge und ich sage es ganz ehrlich das macht auf mich einen zunehmend topischen eindruck wir haben ab nächster woche dann mit netflix entsprechend die big tech earnings ganz besonders beginnen aber meine tendenz geht weiterhin in richtung eines kurzen scharfen rücksetzers der vielleicht durch die preis action von vergangener woche freitag jetzt eine erhöhte chance zu sehen und darauf wollen wir gleich in den folgenden minuten einen blick werfen bevor wir ganz offiziell starten natürlich zunächst der blick auf den risikohinweis die vision cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin gehandelt und gehen mit dem hohen risiko ein her schnell geld zu verlieren sind ausgehend hiervon nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstelle man bitte sein persönliches risikoprofil und oder das ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater leitet sich dann auf xtb.com stehe kostenlos eine demo herunter testet risikofrei und schaue ob der handel mit diesem produkt ausgehend vom persönlichen risikoprofil ob das miteinander korrespondiert sofern man dann plant ein live konto zu eröffnen alle informationen diesbezüglich auf der webseite zu finden auch der risikohinweis ganz besonders und natürlich auch gerne die möglichkeit nutzen einmal den kundensupport von xtb.com zu kontaktieren für weitere rückfragen darüber hinausgehend sei darauf verwiesen dass alles das was wir jetzt hier in den folgenden minuten zum thema machen rein edukativ und rein informativ ist keinerlei anlage empfehlung oder sonst dergleichen entspricht und man sich das bitte kontinuierlich immer vor augen hält ich kann mein game plan hier präsentieren das ist was ich auch gerne tue ich beantworte auch gerne fragen unterhalb des videos in der kommentarfunktion aber bitte verstehen man nichts als anlage empfehlung rein edukativ rein informative inhalte ich sehe wir als broker hinter diesem event bester cfd broker des jahres 20 23 die gründe dazu geführt haben findet ihr in der mittler aufgelistet alle weiteren informationen wie gesagt auf der webseite ein grund mit sicherheit die xstation 5 in die wir jetzt auch gleich einen blick werfen wollen und wo wir uns entsprechend eben einen eindruck vermitteln wollen wo wir aktuell im dax stehen im dax beziehungsweise mein haupt handels vehikel bleibt weiterhin der nasdaq auf den wir gleich einen blick werfen wollen also ganz kurz im hinblick auf die preis action die wir zu sehen bekommen haben schon in der letzten woche eigentlich independence day war am dienstag das heißt wir sind eigentlich eher verzögert in die handelswoche reingekommen und haben dann eben abgabedruck zu sehen bekommen der sich nicht wirklich über erstreckte auf die us-märkte waren relativ stabil ehrlich gesprochen aber im dax haben wir eben dann schon am mittwoch anfing und am donnerstag war es dann soweit diesen flusch also diesen wusch auf der unterseite zu sehen bekommen attacke auf die 15.700er region ein unterschreiten ein leichtes überschießen der gegenbewegung wir gehen vielleicht immer auf die fünf minuten ebene und dann haben wir ja wie gesagt hier das waren die non-farm payrolls eine wippie price action zu sehen bekommen also das heißt wir sahen einen kurzen spike auf der oberseite liefen wieder zurück dann war es recht unspektakulär und dann im windschatten der wall street drifteten wir aufwärts und gaben diese aufschläge wieder her und besonders im hinblick auf den nasdaq denke ich sieht man recht deutlich dass das zunehmend anzeichen einer potenziellen top bildung eben ist das was wir jetzt hier im europäischen handel zu sehen bekommen was wir abwarten wollen da kann man das von mir hier schon ein skizziertes szenario erkennen ist die frage wird sein sind wir in der lage den ema 50 auf fünf minuten basis so zu öbern also für mich ist das jedenfalls die frage falls ja dann warten wir auf impulse seitens der wall street falls nein und sollten wir jetzt hier in den folgenden stunden bis zur wall street eröffnung einen drive auf der unterseite zu sehen bekommen unterhalb des ema 50 halten dann werde ich den vorteil auf der short seite sehen und sehr auch die erhöhte wahrscheinlichkeit einer attacke auf die region hier um 15.550 punkte das ist die region um die tipps die wir vergangene woche am freitag morgen eingebildet haben oder ausgebildet haben und sollten wir die dann droppen wäre übergeordnet mit weiteren abschlägen zu rechnen in richtung vielleicht projiziertes kursziel dieser schulter auf schulter die wir hier letzte woche zum thema gemacht hatten gefilte 15.200 15.300 punkte eventuell wie gesagt haupt handels vehikel meinerseits aber nicht der dax sondern haupt handels vehikel weiter der nasdaq und den habe ich hier einmal auf fünf minuten basis eingefangen ganz kurz vielleicht zur price action die blau farben die ignorieren wir zunächst einmal auf die kommen gleich zu sprechen das ist nämlich unsere linie im sand wie wir uns dann entsprechend für den handelstag heute orientieren wie ich mich orientiere also wir sehen hier auf die non-farm payrolls eine bullische reaktion ganz kurz vielleicht einmal zurückgehend wir haben jetzt hier innerhalb der xstation die möglichkeit über den kalender zu gehen aber wir sehen gestern logischerweise heute ist montag war sonntag also stehen da keine news drin und demnach haben wir auch nicht mehr von gestern die non-farm payrolls also vom letzten handelstag wir wollen uns diesbezüglich bedienen einmal und zwar hier am trading economics und den ausführungen auf der webseite 209.000 geschaffene stellen ex agrar die wir zu sehen bekommen haben konsens waren 225 was wie gesagt wichtiger scheint ist warum ich sage enttäuschung man könnte ja sagen eigentlich im bereich der erwartung veröffentlicht werden enttäuschend deswegen weil wir am donnerstag also einen tag zuvor und gemeinhin bekannt als gute indikation für die non-farm payrolls adp datensatz zu sehen bekommen haben der mit 497.000 veröffentlicht worden ist privat geschaffener stellen also neu geschaffener stellen im privaten sektor und gegen 228.000 neu geschaffene stellen ex agrar das bedeutet wir kommen schon mit einer erwartungshaltung rein dass diese zahl sehr sehr wahrscheinlich besser reinkommen sollte also die non-farm payrolls was sie dann aber nicht tut das ist wie gesagt erst mal so ein bisschen naja ist es ist es wirklich dramatisch der arbeitsmarkt der zeigt sich weiterhin solide wie gesagt wenn man sich den adp etwas genauer anschaut und sagen wir gut wir haben bereits besonders im bereich leisure hospitality haben wir die geschaffenen stellen gesehen im privaten sektor ist jetzt eventuell nicht unbedingt der ausgehend von wo eine stärke für die wirtschaft in irgendeiner form sich sich abzeichnet also sei es drum an dieser stelle wie gesagt la la ja so la la möchte man vielleicht sagen aber in summe im gesamten kontext betrachtet durch die überdehnung die wir auf der überseite meiner einschätzung nach zu sehen bekommen haben die beschleunigung des aufwärtstrends im nasdaq im seit seit anfang mai im übertragenen sinne die in aussichtstellung eines restriktiven geldpolitischen kurses seitens der us-notenbank fett länger als vielleicht erwartet weitere zinsanhebungen aussicht stellend das ist eine konstellation die ist für equities oder für aktien eigentlich nicht sonderlich förderlich jetzt sehen wir also diese enttäuschung und die macht es eher wahrscheinlich eigentlich dass wir eine ich sag mal geldpolitisch lockere fett zu sehen bekommen und initial sehen wir eine bullische reaktion die aber sofort wieder abverkauft wird und dann gibt es eben diese whippy price action und jetzt passiert etwas ganz interessantes wir sehen eben einen drive in ein ganz dünnes umfeld so ungefähr das war schon freitagabend möchte man eigentlich sagen so ab ab 17 uhr 17 uhr 30 ja 17 uhr ungefähr so 16 30 17 uhr bullischer drive bis 19 uhr in richtung der jahreshochs und dann ein überrollen und ein komplettes wieder hergeben in den in den wochenschluss hinein unter auch gleichzeitig anziehendem volumen das kann man zum beispiel im etf sehen in den queues also kuckuck ist der etf der den erst der 100 im übertragenen sinne abbildet und haben dann ein ein großteil und nicht ein großer alles an den aufschlägen wieder hergegeben und sogar im bereich der tagestiefs für den tag geschlossen das war kein gutes zeichen ganz im gegenteil meiner einschätzung nach ich interpretiere das in die richtung dass ich sage das ist eigentlich ein deutliches indiz für eine voranschreitende umverteilung im derzeitigen bereich und unterstreicht wenn wir jetzt mal hier auf den daily chart gehen unterstreicht meiner einschätzung nach auch diese erwartung einer doppeltop struktur die sich hier herauskristallisiert und das was ich jetzt für heute im grunde genau abwarte ich hatte schon in den letzten tagen ja mal dieses rug pull szenario zum thema gemacht also eine schärfere korrektur im nasdaq schärfere korrektur in richtung dieser übergeordneten aufwärtstrend linie dafür ziehe ich eben diese blaufarbende linie hier heran die ich verbinde oder beziehungsweise die ich lege in den bereich der tiefs auf die nonfarm payrolls und sage das wäre jetzt so ein bereich wenn der abgabedruck in europa sich nicht zeigen würde ein bereich in dem ich mir vorstellen könnte dass wir hineinbriften bis zur kasse eröffnung also was wieder öffnung um 15 30 und dann schauen wir einfach mal ob wir in der lage sind die rauszunehmen oder nicht wenn wir diese tiefs anlaufen aber gegen diesen bereich schwäche zeigen und wieder überrollen glaube ich unterstreicht das die bierische these und ich gehe davon aus dass wir bearishness zu sehen bekommen die dann eine korrektur denkbar werden lässt die unterhalb zack hier unterhalb dieser region ungefähr von 15.000 punkte korrektur potenzial freisetzen könnte bis in gefilde 14.700 pi mal daumen 14.600 vielleicht am in den kommenden tagen also dass sich der nasdaq dann auch als 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 möglicher short kandidat eben eignet sollten wir dieses level zurückerobern und halten können brauchen wir offensichtlich einen neuen frischen impulsgeber und das ist aktuell so die lage wie ich sie für den nasdaq einschätzen würde obwohl ich mir vorstellen könnte dass es ganz interessant wird vielleicht noch abschließend ganz kurz wenn sich jetzt die frage stellt warum sollte denn jemand jetzt auf die idee kommen zum beispiel equities zu verkaufen aus den gerade geschilderten gründen wie könnte denn sich das innerhalb von portfolio manager positionen darstellen ganz grob würde ich sagen da lohnt immer dann auch eine frage oder einen blick auf wie stellen sich denn aktuell bonds dar also das heißt kriegen wir in irgendeiner form ein shift zu sehen aus equities in online hinein auch da gibt es eine sehr interessante konstellation also wir einmal haben wir diese diese top struktur die sich hier herauskristallisiert wo wir potenzielle kapital abflüsse uns vorstellen können aus tag titeln eventuell die jüngsten jetzt relativ gut gelaufen sind ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen dass wir bonds gekauft sehen und dafür lohnt immer ein blick auf den sogenannten tlt das ist der etf der 20 jährige und länger laufende anleihen abbildet und was wir hier erkennen können in diesem tlt ist dass wir in eine wichtige support region hier laufen also ein ganz ganz wichtiger unterstützungsbereich der natürlich gebrochen werden könnte aber wer sich die frage stellt wer sollte denn jetzt kaufen oder warum sollte man kaufen was sollte man kaufen ich glaube der tlt ist ein potenzieller long kandidat und dann sieht man ein shift von equities von aktien in bonds hinein also abgabedruck in aktien und zeitgleich bonds die gekauft werden und hier in den bounce denkbar werden lassen mal gucken wie weit ein solcher bei uns ausfiele das geht es natürlich an der stelle immer so ein bisschen zu berücksichtigen eventuell gibt es hier so eine so eine korrektur bewegung die uns in richtung dieser dieser übergeordneten abwärtstrendlinie eventuell führt zurück richtung 100 was ist es 102 101 102 ungefähr ja ungefähr so wie ich mal sagen 101 102 diese gefilde das könnte chance risiko verhältnis technisch gegen die 99 ganz interessant sein für ein alternativ play das sollte man aber so ein bisschen im hinterkopf behalten also einerseits halten wir unterhalb der tiefs von der non-farm payrolls scheint short im nasdaq zu bevorzugen und zeitgleich sollten wir hier gegen die 99 halten diesen bereich in support region halten scheint im tlt im etf auf die us bonds 20 jähriger laufzeit und länger scheint ein bonds denkbar gegen diese abwärtstrendlinie mindestens und gefilde um 102 ungefähr und so weit meinerseits zum wochenstart wir uns morgen wieder happy trading passt auf die stops auf habt euch wohl bis dann und tschüss